Ich bin Christian Neidhardt, bin 32 Jahre alt, bin bei der Edak hier als Projektleiter tätig und das im Bereich Anlagenbau Smart Factory seit mittlerweile jetzt 15 Jahren. Wir haben das Glück da die Projekte ganzheitlich betreuen zu können, das heißt wir bekommen Anforderungen vom Kunden gestellt und bieten ihnen dann eine vollumfängliche Anlage um diese Themen zu lösen. Familie und Beruf zu verbinden gelingt mir ganz gut, dadurch dass wir einfach flexibel aufgestellt sind. Ich habe zu jeder Zeit die Möglichkeit Homeoffice zu machen, kann aber auch ab hier meinen festen Arbeitsplatz, kann den nutzen, um mich wie gesagt direkt mit meinen Kollegen auszutauschen, aber wenn ich daheim benötigt werde, um meine Frau zu unterstützen, kann ich von zu Hause aus arbeiten. Eine gewisse technische Begeisterung gehört natürlich dazu. Irgendwann kam halt der Gedanke bei meiner Frau und mir auf, dass wir ein Haus bauen wollen und wir wollten nicht gleich zum Architekten gehen und dann habe ich halt angefangen erste Grundrisse zu machen, meine ersten Ideen zu Papier zu bringen und dann mit Hilfe von meiner Frau haben wir quasi so unser eigenes Haus dann gezeichnet und dann später auch gebaut. An meinem Job mag ich, dass er halt kreativ ist und dass wir keine starren Parameter haben, das gefällt mir ziemlich gut. Mit unseren eigenen Ideen können wir das zu dem besten möglichen Ergebnis für den Kunden treiben. Das macht einfach Spaß, dieses Tuning von Ideen vom ersten Konzept bis zum späteren Aufbau dann das zu betreuen und ein Stück weit ist dann das Werk des Teams vor allen Dingen auch, was man dann dem Kunden dann dort aufbaut.